Polizei Kessel Goddard, der Einsatzleiter Limburg ist bekannt für seine Romantik. Altstadt, Fachwerk, Mittelalter, Dom. Im Dezember kommt dann noch ein Weihnachtsmarkt dazu. Lichter, gebrannte Mandeln und so weiter. Du weißt schon. Das war früher. Gestern wehte durch Limburg ein Hauch Diktatur. Da war etwas Bananenstaat zu schmecken und sehr viel Übergriffigkeit. Gestern war Limburg irreal. Unwirklich, ja schon gespenstisch und die Geschichte, dazu geht so. Ich lief über den Stadtplatz. Alles normal. Also was man dieser Tage normal nennt, aber in Wahrheit bizarrer ist. Menschen hinter Masken, QR-Security-Punkte, Kontrollzonen. Dass man Menschen einteilt. Das war schon alles wirklich gruselig irgendwie. Da war diese unwirkliche Szenerie eines Weihnachtsmarktes in Corona-Zeiten, dessen gewollte Romantik hinter Stahlgittern abgezäunt war. Vorne die langen Menschenschlangen am Einlass, wie man es sonst nur von Testzentern kennt. Menschen, willige, ehemalige Impflinge, die ihr Handy mit QR-Code vorzeigten, um in die Weihnachtsmarkt-Kontrollzone zu kommen. Innen Glühweintrinker hinter Gittern. Manche die Masken nur beim Trinken herunterziehend. Bilder. Ein Karussellkreisel mit reitenden, im Kreis fahrenden Maskenkindern erschien wie ein Gleichnis. Akkordeonmusik dazu, wie aus einem Horrorfilm. Es war wirklich ein bisschen wie in einem Film. Wie ein dystopischer Sci-Fi-Thriller. Als ob so etwas wie eine neue, KI-kontrollierte Maschinenwelt, in ihren ersten Gehversuchen noch manuell durch schlecht bezahlte Warnwestenträger kontrolliert, sich in unsere Welt hinein Raum brechen möchte. Absperrungen, Handykontrollen, Maskentrinker, Stahlzaunggrenzen, zweierlei Menschen. Gegen dieses skurrile Parallelwelt-Szenario waren Weihnachtsfeiern im Klassenzimmer damals familiär. Und die späteren Adventszusammenkünfte im Kollegenkreis des Büros inmitten nüchterner, steriler Besprechungsräume noch echte, warmherzige Traditionsveranstaltungen. War es gerade noch unwirklich und fremdartig, dieser Weihnachtsmarkt hinter mannshohen Stahlgittern mit Security-Einlasskontrolle, überlegte ich also gerade noch, wer nun eingesperrt ist, die QR-Code-zertifizierten Glühweintrinker oder ich, kurz, welche Seite des Stahlzaunes rund um den Markt nun den Knast markiert, bin ich ausgesperrt oder die eingesperrt? Währende ich mich also zuvor in einer gespenstischen Atmosphäre und war vollauf beschäftigt, so gegensätzliche Eindrücke zu sortieren und einzuordnen, so wurde die Atmosphäre erst jetzt richtig geisterhaft und änderte sich schlagartig. Plötzlich waren überall schwarze, huschende, uniformierte. Ja, Einsatzkräfte, Polizisten in Massen huschten wie schwarze Schatten über den Platz. Es erinnerte etwas an diese schwarzen Gespenster in den Harry-Potter-Filmen, du weißt schon. 30, 40 schwarze Polizisten, bewaffnet, gerüst, mit Einsatzstiefeln, Einsatzwesten, Tränengas, sperrten den Platz ab. Die weitgehende Stille, mit der das passierte, verstärkte das unwohle Gefühl in der Magengegend. Es hatte etwas Heimtückisches, Hinterlistiges, viele schnelle, leise Schritte, hier eine schwarze Kolonne, da eine schwarze Kolonne, in Stille aufgezogen. Und plötzlich ist man umringt, eingesperrt. Es erinnert etwas an meine Militärzeit, straffe, klare, zielführende, koordinierte Aktionen, Mausefalle Freiluftknast. Neue Bilder Uniformen neben Tannenzweigen Lichterketten und Blaulicht Weihnachtsmusik und Einsatzkommandos Schlagstöcke vor beleuchteten Christbäumen Universen kollidieren Ein Beweissicherungsteam mit Kamera vor einer hölzernen Kleinkunstbude Baumschmuck oder sowas Weltenprallen aufeinander wie Misstöne auf einer Klaviatur Als ob das Rohr über das Feine siegt Unvermittelt stellen sich erst zwei, dann in Sekunden drei schließe ich vier Polizisten zusammen, umringen mich sofort Ich schaue nun in die unentspannten Gesichter, uniformierter und wie sich herausstellen wird, auch uninformierter Keine Helme, keine Schutzschilde, kein Gladiatorfilm, immerhin Man sollte dieser Tage nicht zu viel erwarten Mir wird erklärt, wohin ich zu gehen habe, darüber Darüber mag ich aber nicht gehen, ich stehe ganz gut mit dem Schaufenster im Rücken angesichts Bewaffneter Mir wird erklärt, ich sei in einer polizeilichen Maßnahme Ich war in einer Fußgängerzone bei einem Einkauf, von mir aus auch Randbetrachter von einem völlig bekloppten Pseudo-Weihnachts-Glühweinknast Aber hey, in einer polizeilichen Maßnahme Gehen Sie da rüber Will ich nicht Da drüben ist drinnen Hinter den streitbaren Schwarzen Ich rede von Uniform Ist draußen Langsam wird mir nebenbei klar, dass nun alle Mastenglühweintrinker hinter Stahlzäunen und ich, der eben noch draußen war Dass wir alle nun irgendwie zusammen drinnen sind Denn wir sind alle in einem Polizeikessel und werden hier nun festgehalten Nein, man darf hier nun nicht raus Nein, ich bin nicht frei zu gehen Nein, ich darf da nicht durch Deutschland 2021, hier ist nichts mehr normal Kein Weggehen gestattet, Freiluftknast Ich will zwischen den Polizisten durch Händepaare schnellen gegen meine Brust, stoßen mich zurück Ich würde die gerne wegstoßen Darf ich ja nicht Gewaltmonopol Der Autorechtkriegschein wird zum automatischen Krieg gegen das Recht Sie wissen das schon? Nein? Vielleicht erfahren Sie es noch Geht schneller als man glaubt Muss man nur einkaufen gehen zum Beispiel Die stoßen mich zurück Mehr kommen dazu Ich soll nun bitte da rüber gehen Will ich nicht Müsste ich Warum? Weil es eine polizeiliche Maßnahme ist Mit welcher Grundlage werde ich festgehalten? Wegen der polizeilichen Maßnahme Gestossen? Wegen der polizeilichen Maßnahme Welche Maßnahme? Verstöße gegen das Versammlungsverbot Welche Versammlung? Die, wo ich dazugehöre Eins muss man ihm lassen Er hat die Haare schön Ordentlich Sein Kollege auch Das muss die späte Rache für letzten August in Berlin sein Nach 1,5 Jahren harter Ermittlungsarbeit Haben sie dich nun erwischt Frank Als Demo-Teilnehmer Berlins Scherz beiseite Also hier läuft eine Demo oder so? Ich bin Teil davon Der vor mir ist in der offensichtlichen Wahnhaftigkeit einer polizeilichen Maßnahme Zur Sicherstellung von In gedankenmalig Anführungsstriche Mit dem Zeigefinger in die Luft Recht und Ordnung Verfangen Den Film hinter dieser Stirm Ändere ich schon mal nicht Der fährt den voll Es ist ein Freiluft-Irrenhaus hier Das Blöde ist Die haben die Waffen Dürfen gewalttätig sein Und haben automatisch Recht Ich nur Blasendruck Scheißspiel Hier geht alles auf Macht Reine Macht Recht Willkür Recht wie gesagt Recht Wie gesagt Recht Wie Versammlung Wow Ich gucke über den Platz Keine Schilder Keine Rufe Kein Skandieren Kein Zusammenrotten 40 30 Schwarze Uniformträger Kleine Gruppen Ziviler Vielleicht Ja wie viel 20 30 Also Demos sehen definitiv anders aus Versammlung Das hier ist schon mal keine Und versammeln tun sich hier nur die Polizisten Und wenn sie nicht zur Versammlung gehören Dann haben sie jetzt einfach mal Pech gehabt Er reißt mich heraus Ich träume schon wieder zugegeben Merke dir diesen Satz gut Lese Zuhörer Und wenn sie nicht zur Versammlung gehören Dann haben sie jetzt einfach mal Pech gehabt Merkst du Er bedeutet Morgen kannst du es sein Einfach So Eine Lautsprecherdurchsage erklärt nun Dass jeder Der innerhalb des Polizeikreises ist Nun Automatisch Zur Versammlung gehört Na das nenne ich mal sauber definiert Ich schaue die Polizisten an Erst darfst du nicht raus Dann bist du rein definiert Na sauber Ich schaue dem Gutfrisierten in die Augen Eigentlich ja nicht unsympathisch Die idiotische Maske stört Da wird mir klar Dass er mehrere Filme offensichtlich fährt Teil 1 Recht und Ordnung Teil 2 Virusgefahr Alle Orten Vielleicht auch Zubefolgende Dienstanweisungen Zur Bezügesicherung Mitmachen Ich war jung Und tat es fürs Geld Ich habe einen Kredit Und ein Haus Ist da sowas wie Triumph in seinen Augen Verhöhnung Siehste Jetzt bist du drin Täusche ich mich? Ich sage ihm, dass das hier Freiheitsberaubung ist Ganz einfach Primitive Beschissene Gewalttätige Willkürliche Freiheitsberaubung Sollte ich dem Einsatzleiter sagen Der käme bald Ja Polizistengespräche Die haben keinen Bock auf dich Du hast keinen Bock auf die Sie wollen dir ständig eine Schlange In den Stiefel stecken Und dir beweisen Du seist gerade kriminell Gespräche von Argwohn geprägt Sie ermitteln gegen dich Wow Schwerverbrecher Wow Schwerverbrecher Im Dunkeln durch die Stadt gelaufen Ich frage ihn, ob er wüsste Was die Rechtsgrundlage Seines Handelns ist Identitätsfeststellung Ich sage, nee Nicht das Einsatzziel Nicht der polizeiliche Ermittlungszweck Sondern die Rechtsgrundlage Identitätsfeststellung Mission Rechtsaufklärung Zugegeben Ort und Zeitpunkt Ist nicht optimiert Die Feststellung Der Identität Ist der Grund des Einsatzes Jedoch nicht die Rechtsgrundlage Er klotzt Ich sehe eine Kerze im Dunkel Irgendwo Rechtsseminar Da war was Keine Ahnung Jemand bläst Die Kerze in seinem Hirn aus Es ist wieder dunkel Wie die Uniform Verweis auf Einsatzleiter Er sperrt hier nur Der käme bald Ich frage ihn, ob er das gut findet Was er hier macht Sinnvoll? Er schaut durch mich hindurch Alles klar Abgeschaltet Maschine Trotzdem Warum er nicht Clans verfolgt Warum er keine Verbrecher jagt Kriminalfälle untersucht Meine Tochter nachts nicht durch die Stadt laufen kann Weil eine Armlänge Abstand Triebtäter nicht interessiert Das was ganz falsch läuft Warum er nicht am Frankfurter Bahnhof Dienst tut Sondern hier Beim Frankfurter Bahnhof bricht was in seinem Blick Ich hab's genau gesehen Es hat geflackert Hab ich den Menschen erreicht? Klimt da noch ein Rest Deiner alten Motivation Wirklich für Recht und Ordnung Für Menschen Bürger da zu sein? Zu schützen Zu bewahren Für das Gute einzutreten Oder hat er einfach nur Schiss Dass er da Dienst tun muss Er Nachteile erleidet Mal richtig beschissenen Diensten Der Gosse ableistet Statt hier Polizeidarstellung zu praktizieren Langsam Dämmert mir Dass der es nicht besser weiß Wirklich nicht Wirklich nicht und vieles nicht Ja Hm Wirklich vieles nicht weiß Ach du Scheiße Aber er hat die Lizenz zum Bürgerschreck Da wird mir komisch Echt jetzt Und nochmal Ach du Scheiße Das ist keine Truppe von Gesetzes Vertrauten Rechtsdurchsetzer Nein Das sind Befehlsempfänger Gefolgsleute Mit dünnem Eis Und ich habe den Eindruck Mit einer äußerst überschaubaren Kenntnis von Recht Juristerei Menschen- und Bürgerrechten Rechtsstaatlichkeit Das sind wahrscheinlich mittlerweile schon Radikale Begriffe Alteisenworte Geschwätz von gestern Meine Freundin warnte mich vor 10 Jahren bereits Personaleinsatz Einstellung, ja? Einstellung Kommissaranwärter Wir kriegen nicht mehr die Qualität der Vorjahre Was danach kommt ist weit drunter Vor 3-4 Jahren hatte ich sie nochmal angesprochen Erst hatte sie abgewunken Dann erzählt Es sei eine totale Katastrophe Und trotzdem Würde in Massen eingestellt Ich frage mich Steht die totale Katastrophe jetzt auf der Straße? Im Ernst Ich will nicht provozieren Aber ich habe den Eindruck Das läuft wie in einem alten James-Deans-Film Denn sie wissen nicht, was sie tun Der Geist reicht nicht Sie begreifen nicht, dass sie dir helfen Sie begreifen nicht, dass sie dir helfen Die Dystopie ihrer Kinder mitzuerrichten Werkzeuge, die keiner braucht Sollte ich ihm die Erkenntnisfähigkeit wünschen In 30 Jahren zurückzublicken und zu erkennen Dass er beim Aufbau einer Diktatur mitwirkte Oder sollte er lieber blind in seinem Film bleiben Und in Selbstverleugnung seine Tätigkeit rechtfertigen Ich frage, wann das Ganze hier mal zu Ende ist Nach der Identitätsfeststellung Wir werden also hier festgehalten Um unsere Identität festzustellen Ja Und dann können wir gehen? Ja Dann zeige ich Ihnen jetzt meinen Perso und gehe heim Das geht nicht Warum? Ich bin nur fürs Absperren zuständig Nicht für die Identitätsfeststellung Wow Ziemlich engmaschiges Netz der Aufgabenteilung bei der Polizei Ah, sie machen nur das Resort Freiheitsberaubung Genau Ist doch reine Schikane hier Maschinen-Robo-Cop-Blick Er denkt bestimmt an den Einsatzleiter Der wird's schon wissen Alles Alles Eben dachte ich noch, wir verstehen uns langsam Aber jetzt ist er wieder auf Durchzug Kann ich ihn hinter seiner Maske ernst nehmen? Mir fallen diese Sklavenbilder auf Google ein Dann denke ich mir, lass gut sein, es ist egal Der Punkt ist, du musst ihn ernst nehmen Dieser Typ mit dem zugegeben wirklich ordentlichen Haarschnitt Und seinen Kumpan haben das Unrecht gegen dich tätig zu sein Sie sind mehr Sie haben die Waffen Sie tun es für Geld Und das Gewaltmonopol Hinter mir, um uns herum, filmen welche Ich erinnere mich an die alte Party-Regel Höre auf, wenn die Leute mit Filmen anfangen Sehr unwirklich Hinterm Stahlzaun schauen paar immer noch Weihnachtsmarktbesucher hinter Masken auf Teils neugierig interessiert Teilweise in der künstlichen Oberflächenromantik gestört Ja, wir stören die In der Komfortzone der Behaglichkeit ihrer Illusion einer Welt, die längst vorbei ist Sie wissen's nur noch nicht So ist das Und wirklich, wirklich Eine Sekunde sehe ich Schafe, die grasen und aufsehen Mäh Mit Masken an Schafe mit Masken an Hinter Vielleicht sind wir ja hier jenseits des heiligen Stahlzaunes das gottgesandte Erweckungstheater für die da drinnen Nein Irgendwann werden meine Personalien aufgenommen Ein Mädchen in Uniform, schmächtig, vielleicht Mitte 20 füllt einen Kontrollzettel aus Mit erhobener, fisteliger Stimme erklärt sie mir wirklich rotzig, zickig genervt Ich habe nun Platz und Stadtverbot Musste ich bis eben noch gewaltsam hier bleiben, habe ich mich nun sofort zu entfernen Andererseits käme ich in Gewahrsam Haha, richtig gehört, Knast, Zelle Ich bin vom Donner gerührt Die Rotzgöre in Uniform sagt mir, ich käme in die Zelle, wenn ich mich jetzt nicht sofort Entferne Wow Zugegeben, ich sortiere Der Tonfall war betont Law and Order mäßig So bisschen gekünstelt wie in einem Film Sie haben dann das Recht zu schweigen Okay, es sackt mich echt an, bemerke ich Bisschen zickig, bisschen nassforsch, etwas dumm dreist Vorlaut kommt mir das Mädel da an Sie ist so Mädchen und doch gerade nicht wie drüber gemalt oder kostümiert Fassade, Autorität, aufgesetzt Dahinter unreife Geschmacksfarbe, launische Zicke Ganz bös Da war mir Maschinenrobocop wirklich, wirklich liebe Jene ungelebte Weiblichkeit in Uniform schafft es, das Ganze auch noch respektlos rüberzubringen Ja, ich habe den Verdacht, das junge Mädchen ist auch ein Opfer Opfer hier eine aufgesetzte Fiktion ihrer selbst zu leben Anstatt sich junges Mädel, Röcke, Blümchenwiese, Alpen, Heidi Musik Stattdessen schwarz, Uniform, Mutant Von den Kollegen auch nicht für voll genommen Sie muss den Schreibkram machen Die ungeliebte Arbeit hier draußen, klar Diese und ähnliche Filme laufen bei mir gerade Stapelverarbeitung Sie gehen jetzt oder Sie kommen in die Zelle Filmriss, das war der Typ daneben Auf, er schiebt mich durch Bevor ich mich versehe, bin ich hinter den Polizisten Ich bin draußen Schämt euch, wünsche ich Statt guten Abend Wenn sie es nicht trafen, könnten sie es wenigstens fühlen Scham Mit einem richtig miesen Gefühl fahre ich heim Eine Szene aus dem Film Das Boot kommt mir in den Kopf Das ist nicht mehr die alte Gang Sagt der eine Offizier zum anderen Er meint damit, der U-Boot-Nachwuchs Habe nicht mehr die alte Güte oder Klasse Das seien nur noch Arschbackenzusammenkneifer Und Kinnmuskelspanner Im Film wird darauf Bezug genommen Die Qualität des Einsatzpersonals würde nicht mehr gegeben sein Stattdessen kämen weltanschaulich durchgeformte Mitmacher Ja, Mitmacher Der Leiter befiehlt, dann wird gefolgt Zwei Leute wurden festgenommen Tatvorwurf Abendspaziergang in der Stadt Sich unterhalten mit Gleichgesonnenen Polizeideutsch Teilnahme trotz Versammlungsverbot Zugegeben Sie haben sich vielleicht kritisch unterhalten Maßnahme Gewahrsam Heißt, die kamen in die Zelle Einknasten Grund? Na Identitätsfeststellung Für Spazieren gehen Pass auf, Leser oder Zuhörer Es beginnt erst Nach Hauseweg Zurück bleibt ein sehr mulmiges Gefühl Dass es hier gewaltig schief läuft Man könnte diese Massen an Polizei Gegen Gewaltverbrechen einsetzen Dafür wirklich wieder Ordnung im Land zu schaffen Clan Strukturen zerbrechen Rauschgiftschmuggel Illegale Einwanderung Gibt es die noch? Diebstähle Raubüberfälle Vergewaltigungen Und all das Übergriffe im Alltag zu verhindern Innenstädte wieder sicher machen Frauen Kinder Die sich wieder sicher fühlen können Die nachts durch die Straßen gehen können Wo die Armlänge Abstand nicht versagt Weil der andere triebiger und gewaltbereiter als dein Arm lang ist Aber Ich denke Es ist ein Krieg Gegen die Bürger Die eigenen Leute Gegen alles Altnormale Das muss weg fürs Neunormal Wie gesagt Ein Krieg Gegen das Recht Gegen die Ordnung Verkehrung Den heiligen Einsatzleiter Habe ich wie den Weihnachtsmann nicht gesehen Aber ich glaube an ihn Seine Leute ja auch Er Wird's schon wissen